Hallihallo, hier ist Annlertag. Ich habe wieder ein neues Video für euch vorbereitet. Heute werde ich euch einige Sätze für den Alltag beibringen, die euch beim Sprechen helfen werden. Lass uns mal anfangen. Hast du morgen Zeit? Hast du morgen Zeit? Wann treffen wir uns? Komm bitte etwas früher. Ich bin heute müde. Ich muss gleich los. Brauchst du Hilfe? Ich bin immer da, falls du mich brauchst. Ich fühle mich nicht wohl. Ich bin heute sehr früh aufgewacht. Ich bin heute sehr früh aufgewacht. Ich habe heute keine Energie. Ich habe heute keine Energie. Was machst du hier drinnen? Was machst du hier drinnen? Zur Arbeit fahre ich mit dem Auto. Zur Arbeit fahre ich mit dem Zug. Zur Arbeit fahre ich mit dem Fahrrad. Ich arbeite viel am Montag. Ich arbeite viel am Montag. Auf dem Nachhauseweg muss ich noch Brot holen. Auf dem Nachhauseweg muss ich noch Brot holen. Bist du wütend auf mich? Habe ich etwas falsch gemacht? Verfallen wir nicht in Panik. Ich muss jetzt das Essen machen. Ich muss jetzt das Essen machen. Was hat das Ganze gemacht? Wie viel kostet alles? Die Rechnung machte genau 50 Euro. Die Rechnung machte genau 50 Euro. Im ersten Regal stehen meine Bücher. Im ersten Regal stehen meine Bücher. Das war nicht mein Fehler, sondern seine. Ich wohne eine halbe Stunde entfernt von der Arbeitsstelle. Ich wohne für die vier Tage bei Freunden. Sie wohnt in Untermiete bei einer älteren Frau. Du kannst nicht bei mir wohnen. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Für Tränen muss man sich nicht schämen. Ich schäme mich, mit so einem Mann gearbeitet zu haben. Er hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich schreibe gerne Tagebuch. Bis dahin ist es gut und gern ein Kilometer. Bis dahin ist es mehr als ein Kilometer. Ich habe viel Gutes von ihr gehört. Ich habe viel Gutes von ihr gehört. Haben Sie eine bessere Idee? Bist du satt geworden? Ich bin vom Regen sehr nass geworden. Ich bin vom Regen sehr nass geworden. Dadurch waren alle seine Pläne zunichte geworden. Ich werde heute Abend bei dir vorbeikommen. Ich bin daraus nicht klug geworden. Ich habe es nicht verstanden. Mein Haar ist weiß geworden. Mein Haar ist weiß geworden. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir helfen. Würden Sie mir bitte das Salz reichen? Mach mir doch eine Tasse Kaffee. Mach mir doch eine Tasse Kaffee. Ich mache gleich Feierabend. Ich möchte mich für das, womit ich Sie beleidigt habe, entschuldigen. Ich weiß, dass ich mich unbedingt bei ihm entschuldigen muss. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie ich am besten zum Hauptbahnhof komme? Er hat mehr Schulden als Haare auf dem Kopf. Er ist sehr verschuldet. Er hat mehr Schulden als Haare auf dem Kopf. Er ist sehr verschuldet. Gegen gestern ist es heute kalt. Im Vergleich zu gestern ist es heute kalt. Ich komme gegen acht vorbei. Ich komme gegen acht vorbei. Ich möchte nicht zum Arzt gehen. Sie müssen zum Arzt. Sie müssen zum Arzt. Ich komme gerade vom Arzt. Mein gesamter Körper schmerzt. Alle meine Gelenke schmerzen. Alle meine Gelenke schmerzen. Meine Beine schmerzen, wenn ich zu lange stehe. Mein Rücken schmerzt. Mein Rücken schmerzt. Mehr kann ich nicht schaffen. Mehr kann ich nicht schaffen. Ich verdiene jetzt etwas mehr als zuvor. Ich verdiene jetzt etwas mehr als zuvor. Ich schmerze. 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020